Nice, nächster Dunkeln. Ich bin gespannt wie viel Schaden wir hier machen. Irgendwie jemanden kriegt. Ich glaube es geht schon ganz gut für uns. Das ist immer so ein bisschen OP. Au! Nice, mage ist echt chillig dann. Achso. Ja. Oh, es gibt Zeit. Okay. Und war ein Feind, ja. Lassen, lassen. Nichts auf Zeit gehen. Ne, ist schon abgelaufen. Es ist schon abgelaufen. Da oben ist der andere Schaden. Da oben ist auch noch und arbeiten eh mehrere. Klar, das hat mich jetzt noch getroffen. Ja, ich komm. Okay, sonst bist du die zwei, gell? Ja. Dann läufst du rüber vielleicht, weil du bist schneller. Was meinst du hier? Warte mal, haben wir doch... Achso. Ne, das haben wir glaube ich noch nicht gemacht. Aber doch. Also, wo war es halt nur oben rechts und der unten links, ja. Na gut, dann chill einfach da, ja. Wir haben gerade noch mal irgendwas gemacht, ja. In der Mitte hat es jetzt eine Kiste. Ja. 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 So gehört sich das auch. Ja. Genau. Aber meinst du, ob das alle machen oder ob das nur... Ich glaub die älteren... Ne, 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 das machen nicht alle so. Kack, das Schlange. Du? Oh, oh, oh. Ah, zu langsam. Ja, okay, dann bleibe ich bei dem, weil du bist schneller rüber, oder? Ja. Da kann man zurücksetzen. Okay. Ah. Also, der Boss ist bestimmt ein Löwe. Ja. Oder ein Hund, oder irgendwie sowas. Haben wir hier... Hä? Da ist ein Schalter und unten. Ja, aber unten kommen wir nicht hin. Oh, hier. Ne. Das ist doch nicht möglich. Check ich jetzt nicht. Ja. Dann kann man irgendwas verschieben. Ah, guck mal, das hat mit dem Gegner zu tun. Weil den kann ich wiesbauen lassen. Ja. Warte mal, lass mal den so hinlaufen. Der muss da drauflaufen, oder? Ja. Den Schalter. Genau. Der läuft... Guck mal, der läuft immer zu einem hin. Komm mal zu mir her. Hä? Guck mal, jetzt ist der Aqua auf mich. Jetzt läuft der mir hinterher. Wer will da hochlaufen jetzt? Ah. Warte mal. Jetzt habe ich ihn. Glocken. Ausreichen. Eben. 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 Warum halt gar nicht kaufen? Nee. Also wenn du halt verreckst, dann musst du eben einen wieder machen. Ja. Würde ich nicht schlimm finden. Oh, ich mach mit dem Crit keinen One-Hit mehr. Achtung, Fallen. Fallen sind ausgelöst. Ja, ich hab's gesehen. Oh, Shady ist online. Animal Crossing. Kannst du so Animal Crossing mit dir? Ja. Okay. Weiter. Ach, hier. Oh, oh. Uh. Autsch. Ach, come on. Ach, hier. Oh, oh. Autsch. Du, du. Das war ja nix. Ich dachte, dass da was gewesen wäre. Ach, wir haben gerade eine Karte gefunden. Beinruhe. Nicht in die Falle reinlaufen. Oh Mann. Eins, zwei, drei, Schalte. Kann man was zurücksetzen? Was kann man zurücksetzen? Was kann man zurücksetzen? Halter wahrscheinlich. Ich glaube, du musst mir den Weg rein schlagen. Ja. Es sind vier Schalter dabei. Ich mach. Vier, ja. Ein Stein. Zwei, drei. Komm. Ich geh nur drei. Ah. Ah. Ach. 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 Ja, wahrscheinlich ist irgendwo hinterm Baum nochmal ein Schalter. Warte. Ich komm. Ich komm. Dann noch drei Stück. Einen kommen wir hoch. Und zwei können wir ja... Es sind vier Schalter. Oben rechts ist auch noch... Ah ne. Oben rechts ist gar kein Schalter. Ne, aber oben links ist noch einer. Guck. Ja. Eins, zwei, drei. Achso. Ja. Ich war grade... Ja. 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 Es tut mir ja leid. ich habe mich doch entschuldigt ich hab's doch nicht gesehen ich glaube du kannst du das das mache ich zum Beispiel mit dem Steuerkreis da müssen wir rein das ist der richtige Eingang hier das mache ich auch mit dem Stick ouch da march da march ja natürlich kommt hier wieder eine Schlange raus ja da auch noch ok ähm oben ja lass oben dann gehen zwei Leute einfach nur dumm rumstehen wenn man halt dumm suchen muss bei dem Vasen hier drüben lass die mal zusammen aufwarten mit deinem Leben ja genau du bist doch OP jetzt hier mit deinem Tankie ja jetzt kommt hier natürlich 84 Leben raus hast du eigentlich immer das gleiche oder? ja einfach random raten ja du musst nur lang nach unten so mach gleich nochmal so einen Raum ok wenn man gleichzeitig läuft ja ok äh wir können runter oder rechts rechts ist Zackgasse ok da nicht ich hab doch viel mehr Leben ich hab doch viel mehr Leben achso achso wir müssen mit dem Ozeigers hinlaufen jetzt spring ich runter ähm ich würde rechts ausgehen wie du Bock unten wär Schlüssel gell ja ja aber rechts ist Zackgasse oje da nicht auch mal angenehm so einen Raum ja ah ne ich geh noch weiter hohohohohoho hat auch lang gedauert bis dahin am Fenster ja da war ok aber war trotzdem angenehmer Raum nein äh beim ersten mal hat es ultra ewig gedauert dich laufen lassen ja ich halt faul so jetzt möchte als magischer sportverpackung immer hin und her weg ist immer gegenüber ist ja als mager ist glaube ich gut dran ich kann mir vorstellen dem wagen ist dann damit eine klasse wo der schaden dann nachher über die hatte so krass hoch ist weil du halt nicht so oft zu schlagen kann wegen magie und so ich kann mir vorstellen dass das höchste schaden macht er nach links du kannst unten durchlaufen hat jetzt ja ja ich kann hier ich kann hier ich kann auch noch links ist ein schalter kannst du durchlaufen ich schieße nach rechts jetzt auf den pein geht ich glaube du kannst einfach unten laufen oder das ist dafür gedacht dass der gegner auf dich schießt links aktiviert die kugel dann kann ich auch runter deswegen du kannst einfach und rauslaufen ach so der gegner kann das auch ja genau so das müssen wir jetzt kaufen alle achtung ach guck mal was wir haben ja 10.000 knapp richtig gut ok wir können oben oder rechts ja hier kiste ach so dann müssen wir wieder irgendeinen stein da hinschieben da oben den grünen nach rechts ja nach rechts kann schon mal nicht sein ja gut da muss man wahrscheinlich wieder ein ja müssen wir zurücksetzen jetzt nach unten rechts 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 weiter und wie ich schon wieder fachst du komm mal hier rüber zum haus und über 100 ja wird nicht immer gleich nehmen weil wir jetzt ein treffer kriegt ist er weg ja ja aber was soll ich machen wenn ich da jetzt rein fall egal ich wollte jetzt mal dich wieder wir hatten so viel von den statuen ich glaube hier war keiner 11.000 sogar oder leben oder so natürlich nirgendwo eine nein das war dieser dumme weg dann gucke ich hier oben noch mal kurz durch so kann ich hier ja dann hier noch mal reingehen weil hier war gleich eine schade das hätten sie auf dem map markieren können wir sind an so viel vorbeigelaufen wahrscheinlich im ersten war das muss so viel ja was ist wenn du den kopf liegen lassen wo du in den nächsten raum gehst keine ahnung ich willst du es nicht unbedingt testen das sind wir uns wert guck mal guck mal das war einfach nur 400 ausgegeben weil man faul ist halt das ist immer nur ein game wo man selber nicht mal laufen muss oder lass uns da noch nach oben gehen kurz dann waren wir auch noch nicht dran wie du hier mit vier schlüssel jetzt rumläufst ja nein war so ich hab ja nicht ein leben ich hab mehr ach so du brauchst der letzte schalter ach da oben oh Gott so viel schalter hat's da gleich das können wir nix mehr machen warte wenn du dich links hinstellst stell dich ganz nach links er schießt doch immer auf den schalter und schießt halt in die blickrichtung genau du da noch ouch okay hä jetzt wieder zu wenn du da noch mal irgendwo was da ist ja auch ne boss ding ich muss das ding kaputt machen genau die idee hatte ich gerade auch, wo ich in 3 Runden gelaufen bin die zigeuner sah, aber das ist gut versteckt aber man sieht ganz, ne jetzt brennt sie, jetzt sieht man es ein bisschen hier ok wir können jetzt noch rechts und runter, das würde ich auch machen, weil es lohnt sich ja schon das Ding ist schon da, achso, oben können wir auch noch gucken, ja ich habe keine, aber alter was hält der aus? stop halleluja halleluja du 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 ok that's it alter wo ist der, da ja oh gott, ich bin low ok, die Acke, dann nochmal draufschlagen bitte no, he's gone jetzt riecht dich wieder ok alles klar nochmal draufschlagen bitte nach oben ist schon wieder ausgegangen ich glaube du kannst rüber, oh bei dir, bei dir, bei dir lass uns nochmal draufschlagen oiuiuiui mag ich ok das war's, ich kann zurück, ich kann zurückgehen du kannst jetzt zum boss gehen, jetzt habe ich natürlich kein leben mehr hast du noch einen Halt dran? ja, ich glaube ja 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 200 gibt der nur weil jetzt noch kein Plan, dass der boss macht wir werden es rausfinden ok, anstatt noch full damage jetzt machen, gucken wir das mal, he vielleicht machen wir auch beides oh 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 je ok, doch kein Blöwe kein Mierrohr ok, du machst auf jeden Fall schon mal gut schaden Aua weg oh je, heiß, 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 heiß komm runter komm runter oh, ah ok, nice voll weg ja, wir sind schon ein bisschen OP, oder? ja, mein Damage war jetzt schon krass also ich habe nicht oft draufhauen müssen was ist das jetzt? das ist geisterssicht oder sowas ah, guck mal hier die Brücke ja, ja oh je vielleicht können wir das beim Friedhof dann nutzen aah, wo du das jetzt übst, überhaupt das kann ich jetzt immer nutzen immer. Ja. 15k. Irgendwohl. Brauchen wir wahrscheinlich den nächsten Dungeon dann. Ah, bald können wir zu Barion. Der Kaimier-Rohr, oder wie man ihn auch immer ausspricht, ist erledigt und Firon-Tex Einfluss schwindet. Zeit für deine letzte Herausforderung. Gehe von Intori nach Norden und erklimme den eisigen Gipfel des Berges. Salda-Klischee. Sekoset, dort findest du den Kryomar-Tempel, den vierten großen Kerker. Okay. Ich würde sagen, wir gehen jetzt noch zurück in die Stadt. Gehen ein bisschen shoppen. Gehen ein bisschen shoppen und dann würde ich zum Ende kommen für heute. Ähm... Brauchen wir jetzt den 15k. Ja, halt erstmal ein Haus bauen. Haus bauen. Na klar. Nein, ich will auch zahlen. Gehen wir hin, noch 15. Noch ein Schäßhäusle. Kannst dein eigenes Haus mal aufwerten. Geht das auch? Was bringt das? Keine Ahnung. Was ich jetzt auf jeden Fall auch mal kurz mach, bevor ich's gar nicht mach, ist die Farm aufwerten. Wie du's noch nie benutzt hast. Ja. Oh, sie wird einfach nur groß. Dann gehen wir jetzt den Dieb. Den Dieb würde ich noch machen. Nee, 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 nee. Ich geh jetzt hier voll auf der Mensch. Die ganzen 14,5k gehen da jetzt sein. Schön, alles hier rein. Acht, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins, Ende. Alter. Okay. Was hab ich jetzt? Angriff? Ich hab Angriff 168. Ausrüstung, Angriff 123. Bei mir steht, dass du 56 hast. Okay. Nee, 123. Ich hab auch voll Damage jetzt alles reingekommen. Ich hab auch voll Damage jetzt alles reingekommen.